ENERGY. Hit-Music-Only. Das ist Entweder-Oder mit Alberto. Die ENERGY YouTube-Show. Entweder-Oder. Cool oder geil? Cool. Cool, Mann. Äh, warum? Weiß ich nicht. Cool kommt so entspannt, gechillt und so. Einfach alles lässig. Und geil kommt so, äh, geil, äh, so ein bisschen mehr Agro. Agro, ja, anstrengend. Geil ist anstrengend auf jeden Fall, ja. Äh, Bizeps oder Sixpack? Äh, Bizeps. Ist, äh, warum? Weil, weil Sixpack ist halt immer so ne Sache, da musst du halt wirklich immer so auf Low Carb achten, Kopfschmerzen. So wirklich so für diesen einen Moment, dass Leute immer sagen, hey, hast du ein cooles Sixpack. Und das war's. Beim Bizeps kannst du halt reinhauen, auch ein bisschen essen und so, kannst das Leben auch genießen. Ich bin halt Genießer. Sehr schön. Ich wollte grad sagen, das klingt so, als könnte man daraus ne Philosophie machen fürs ganze Leben. Ähm, Gitarre oder Geige? Uh, Gitarre. Also Geige, ich hab richtig krassen Respekt vor Geige, aber Gitarre ist einfach so gechillt, kannst du immer den ganzen Tag hören. Ich glaub, wenn ich jetzt den ganzen Tag ne Geige höre, dann irgendwann wird's halt dann schon kritischer, ne? Sehr geil. Eintweder oder mit Alberto, geiles Ding. Passt das. Ja, der Bizeps, der muss pumpen beim Alberto. Mehr erfahrt ihr über diesen Herren am Sonntag in meiner Show, die Energy YouTube Show mit Jonas Mann. Sonntag, 20 Uhr, Radio an, äh, Glotze aus und geil. Ja. Ja.